Hare Krishna, liebe Devoutis, Dandavad Pranams, in diesem Infovideo möchte ich über unsere Beziehung zum Gott erzählen. Vigodhya Vaisnavas ist Gott, natürlich Sri Radha Krishna und Sri Chaitanya Mahaprabhu, der nicht verschieden ist von Radha Krishna. Diese Beziehung wird in drei Stufen verwirklicht oder auch in drei Stufen offenbart. Wir sprechen von Tattvas, von Sambanda Jnana Tattva, Abideya Jnana Tattva und Prayujana Jnana Tattva. Das sind die Kategorien, Tattva bedeutet eine Kategorie, das sind die Kategorien von Gaudhya Vaisnava Acharyas, wie uns Sechso Goswami das gegeben haben. Zuerst zu Sambanda Tattva. Es ist nämlich so, dass wir hier auch eine Beziehung eingehen sollten oder verstehen sollten von einer Person, die wir nicht sehen können. Ja, Krishna ist für uns jetzt nicht sichtbar, aber wir können von Krishna hören und das ist genauso gut, wie Krishna zu sehen und dadurch können wir eine Beziehung aufbauen. Dann gibt es Abideya Tattva, wo wir dann Beziehung schon eingegangen sind. Für uns ist zwar klar, wir wollen Beziehung mit dieser Person haben, was soll ich tun, um diese Beziehung dann zu entfalten und zu entwickeln. Und dann am Schluss Prayujana Tattva, wie kann ich diese Beziehung dann leben, wie kann ich diese Beziehung auch kosten. Sambanda Tattva könnte man mit dem theoretischen Wissen gleichsetzen, wo wir viel Theorie bekommen aus den Schriften von Guru, von Vaisnavas. Abideya Tattva ist dann die Praxis gemäß diesem Wissen, dieser Philosophie oder praktische Anwendung von philosophischem Wissen. In Prayujana Tattva, wir haben auf dieser Stufe das Ziel unserer Praxis oder von unserem Sadhana erreicht, die Vollkommenheit der Praxis. Zurück zum Sambanda, da fängt alles an. Das definiert man als Wissen über Beziehung zwischen Jiva, zwischen der Seele und Krishna und Gott. Dann Abideya, wir machen Sadhana gemäß dieser Beziehung und praktizieren ein Sadhana. Und dann noch einmal, Prayujana, diese Beziehung wurde verwirklicht oder erreicht. Und da sprechen wir dann von der Stufe von Bhabha. Ich habe in einem anderen Video das Wissen gegeben über diese verschiedenen Stufen von Bhakti oder wieder kategorisieren von Bhakti gemäß Sadhana Bhakti, Bhabha Bhakti und Prima Bhakti. Jetzt zu unserer wichtigen Schrift, in der das Wissen von allen Goswamis zusammengefasst wurde. Und dort erfahren wir in diesem Vers, in Madhya Lila, 25. des Kapitels, Vers 103, erfahren wir über Sambanda Tattva und nämlich, dass Krishna als Zentrum aller Beziehungen gesehen werden sollte. Und wir sollten deswegen Wissen erlangen, wie man Krishna und Beziehung zu ihm erreichen kann. Das ist dann diese Stufe von Sambanda Jana Tattva. Krishna sagt in Madhya Lila, 25. des Kapitels, Vers 118, Wenn jemand transzendental eingestellt ist, kann er mich wahrnehmen. Das ist die Grundlage für die Beziehung zum Krishna. So, ja, sollen wir transzendental eingestellt sein und dann können wir Krishna wahrnehmen. Und hier fängt diese Beziehung zum Krishna an. Und jetzt gehen wir zu unserem modernen Acharya, Gründeracharya von Iskron Esi Bhakti, der das war Mishila Prabhupada, der das Ganze dann sehr anschaulich, sehr einfach erklärt, in der Einleitung zu Bhagavad Gita. Und wie wir wissen, Bhagavad Gita wurde nicht nur für Devotis, nicht nur für Iskron Devotis geschrieben, sondern für alle Menschen. Und dieses Buch wird verteilt auf den Straßen. Und dort offenbart uns Krishna Folgendes, nämlich, dass, wie offenbart Krishna dem Arjuna das Wissen, das Transzendentaler Wissen. Schlecht Braubad schreibt, Krishna offenbart Arjuna die Bhagavad Gita, weil, es gibt hier zwei Bedingungen, wie wir an diese Offenbarung kommen können. Weil Arjuna ein Gottgeweihter ist. Und nicht nur ein Gottgeweihter, sondern Arjuna ist Krishnas Freund, das heißt, er hat eine bestimmte Beziehung zu Krishna, nicht so abstrakt. Daher wird die Bhagavad Gita von demjenigen am besten verstanden, der ähnliche Eigenschaften wie Arjuna hat. Was sind diese Eigenschaften? Das heißt, er muss ein Gottgeweihter sein und in einer direkten Beziehung zum Herrn stehen, schreibt Shila Prabhupada. Das heißt, diese persönliche direkte Beziehung zu Krishna ist sehr, sehr wichtig. Sobald man ein Geweihter des Herrn wird, hat man auch eine direkte Beziehung zum Herrn. Ohne das können wir uns nicht wirklich Geweihter nennen. Und das sollte dann auch stattfinden, wie wir sehen werden. Sobald wir eingeweiht werden, sollten wir es am Bandung Jana vom Guru bekommen. Dies ist ein sehr umfangreiches Thema. Doch zusammenfassend kann man sagen, dass es fünf Arten von Beziehungen gibt, die ein Gottgeweihter zur höchsten Persönlichkeit Gottes haben kann. Und das steht noch einmal in der Einleitung zu Bhagavad Gita. Das würde man nicht so erwarten in Bhagavad Gita, in so einer Schrift. Aber Shila Prabhupada gibt es direkt in der Einleitung Summon Bonum Zusammenfassung von Gaudi Avaijnavismus. Erstens, der Gottgeweihte kann eine passive Beziehung haben. Die wird Chantarasa genannt. Oder neutrale Beziehung auch. Zweitens, er kann eine aktive Beziehung haben. Oder Dasiarasa, Dienertum. Drittens, er kann eine Beziehung als Freund haben. Sakjarasa, Freundschaft. Viertens, er kann eine älterliche Beziehung haben. Vazaliarasa. Und fünftens, er kann eine Beziehung als Geliebte haben. Maturarasa. Sambandagyana, das Wissen über unsere Beziehung, bedeutet, jedes einzelne der Millionen und Abemillionen von Lebewesen hat ewiglich eine bestimmte Beziehung zum Herrn, die man als Svarupa bezeichnet, schreibt Shila Prabhupada. Svarupa ist, bedeutet nichts anderes als der eigene Körper, der wirkliche, der wahre spirituelle Körper. Und durch diesen Körper können wir diese Beziehung dann leben. Durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, und das ist nichts anderes als Abidea oder die Praxis, Sadhana. Kann man diese Svarupa wiederbeleben? Dafür ist unser Sadhana, unsere spirituelle Praxis da, um unseren spirituellen Körper wiederzubeleben. Und dieser Stufe wird Svarupa Siddhi, die Vollkommenheit der wesensgemäßen Stellung genannt. Und dadurch erreichen wir dann Prayojana. Das ist Prayojana, wo unser spiritueller Körper, unsere spirituelle Identität verwirklicht wird, und wo dieser Körper vollkommen entfaltet ist. Jetzt gehen wir zu unserem Acharya Shila Bhakti Notakur, der in Sri Chaitanya Shikshamrita Folgendes über Sambandha schreibt. Und dort definiert er Sambandha. Sambandha bedeutet Beziehung. Sambandha bedeutet die vollkommene Beziehung. Zu diesem Sambandha gehören sieben Wissensbereiche, Prameyas. Prameyas sind also Wissensbereiche. Erstens, Wissen über Krishna, Wissen über Gott. Dann Wissen über Krishnas Energien oder Shaktis. Das heißt nicht nur Wissen über Krishna, sondern in erster Linie Wissen über Radha. Und ihre Sakis, ihre Dienerinnen und Freundinnen. Drittens, Wissen über die Vielfalt spirituellen Erfahrungen, Rasa Tattva, Vichara. Rasa Tattva ist sehr, sehr wichtig. Nicht nur Krishna Tattva, Jiva Tattva, Shakti Tattva, sondern hier auch, Bhakti Not schreibt, Rasa Tattva, die Vielfalt der Wohlgeschmäcker, der spirituellen Stimmungen. Wer spricht eigentlich über dieses Wissen? Und das gehört zu Sambandha Tattva. Viertens, Wissen über die Liebewesen, über die Jivas, Jiva Tattva. Fünftens, Wissen über das materielle Dasein der Liebewesen, über Samsara, über das materielle Dasein. Sechstens, Wissen über die Befreiung der Liebewesen, über Mukti oder Moksha. Siebtens, Wissen über die unbegreifliche Einheit und Verschiedenheit. Das ist dann natürlich der Höhepunkt der gute Weisner war. Philosophie. Durch dieses Wissen verstehen, dass Gott gleichzeitig eins und verschieden ist von allem. Shabakniloda schreibt, Wer diese sieben Wissensgebiete oder Pramiyas im Einzelnen studiert, wird seine Beziehung zu Krishna oder Sambandha Jnana verstehen. Jetzt zu Sambandha Jnana und dem Heiligen Namen. Darüber schreibt Shabakniloda in Harinama Jintamani. Das Liebewesen wird unter dem Schatten des wahren Namens bleiben oder auf der Stufe von Nama Basa, solange es unwissend über das Sambandha Tattva ist. Es gibt gemäß Shabakniloda Drei Stufen vom Schatten. Zuerst Nama Apparada, wo wir dann mit Vergehen Schatten, wo wir nicht bewusst versuchen, die zehn Vergehen gegen den Heiligen Namen zu vermeiden. Wenn wir versuchen, diese Vergehen zu vermeiden, dann sind wir auf der Stufe von Nama Basa, wo wir den Schatten des wahren Namens erleben können und kosten können, aber noch nicht den reinen Namen. Und eher als wenn wir wissend sind über Sambandha Tattva, über diese sieben Premiers, dann können wir aus diesem Schatten kommen ins wahre Licht des reinen Namens. Weitigin schreibt Schüler Bhaktivinoda, wenn jedoch der ernsthafte Schüler Zuflucht bei einem echten Guru sucht, kann er Kraft seines Sadhanas oder spiritueller Praxis die Hindernisse, welche die Sonne des Heiligen Namens blockieren, nach und nach beseitigen. Da sind die Anarthas, die unerwünschten Eigenschaften in unserem Herzen, die die Krishna-Sonne oder Sonne des Heiligen Namens bedecken, die unser Bewusstsein auch bedecken. Weiterhin, nachdem der echte Guru dem Schüler Sambandha Jnana vermittelt hat, das Wissen über unsere ewige Beziehung mit Krishna, ermutigt er ihn im Namen Sadhana Bhakti. Erst dann, wenn der Guru uns unterwiesen hat, uns Shikshar vermittelt hat, dann können wir richtig Namen Sadhana Bhakti, dann können wir ausführen oder den Heiligen Namen so richtig chanten. Chanten. Natürlich, bei manchen wurden wir ermutigt, von Anfang an zu chanten und alles hat sich entwickelt aus dieser spirituellen Praxis, das ist eine wunderbare Praxis. Aber, wie wir sehen werden, trotzdem, Sambandha Jnana ist so unglaublich wichtig diesbezüglich. Wir können nicht mal den Heiligen Namen richtig chanten, ohne Shikshar oder ohne Unterweisung, ohne Wissen. weiterhin hören von Bhakti Vinoda, wenn die Wolken und der Nebel verschwunden sind, wird die leuchtende Sonne des Namens sichtbar werden und dem Geweihten den Schatz der Liebe zum Herrn schenken. Wolken und Nebel sind diese Anarthas oder auch Vergehen, Apparadas gegen den Heiligen Namen, gegen Jiva, gegen Gott und so weiter, gegen Guru. Und erst dann können wir den Schatz der Liebe zum Herrn empfangen. Der Guru unterweist seinen Schüler als erstes im Sambandha Jnana, dass es Beginn unseres spirituellen Lebens oder unserer Beziehung mit dem Guru so nimmt das Liebewesen Zuflucht bei einem echten Guru und aufgrund seiner aufrichtigen Glaubensgewissheit empfängt es entsprechenden Schriften fehlerfreies Wissen über Shri Krishna. Hier lesen wir auch bestimmte Bedingungen in diesem Zusammenhang. Wir sollten Zuflucht nehmen bei einem echten Guru wie die Pariprasana Paripratyana Pariprasana Seva hören wir aus Bhagavad Gita und aufgrund unseres aufrichtigen Glaubensgewissens mit Aufsatz Gishrada genannt wir müssen vertrauensvoll uns dem Guru nähern und vertrauensvoll Zuflucht nehmen dann empfangen wir entsprechenden Schriften fehlerfreies Wissen über Shri Krishna über Jiva über die spirituelle Seele die materielle Natur und Prakriti und darüber wie diese drei miteinander in Beziehung stehen das ist auch Samandajana grundsätzlich Bhagavan Gott Jiva spirituelle Seele materielle Natur die uns jetzt beeinflusst und dann wie diese drei miteinander interagieren Shri Krishna ist der ewige Meister und die Liebewesen sind seine ewigen Diener die mit dem Herrn durch das Band der Liebe prima verbunden sind das ist Vollkommenheit von Samandajana wir verstehen Gott ist unser ewiger Meister unser auch ewiger Freund wir sind seine Diener und das ist dann eine vollkommene Beziehung die auf diesem liebevollen Dienen gründet und wir sind verbunden dann dadurch durch das Band der Liebe oder Prima wie wunderbar ausgedrückt von Vaknotagur durch die Barmherzigkeit der reinen Weisnahme Geweihten des Herrn wird die Jiva wenn sie Shri Krishna Namen mit dem richtigen Verständnis des Samandajana aufnimmt sicherlich den großen Schatz der Prima erreichen die vollkommenen Tätigkeiten des Liebe Willens das müssen wir jetzt noch einmal kurz analysieren wir müssen den Krishna Namen mit dem richtigen Verständnis aufnehmen und das richtige Verständnis wird gegeben durch Samandajana und erst dann können wir den großen Schatz der Prima erreichen und dafür brauchen wir natürlich auch die Barmherzigkeit der reinen Vaischnava des reinen Vaischnava Geweihten des Herrn In diesem Moment wird für eine solcher Seele selbst die Befreiung abscheulich die in der Verschmelzung mit der Ausstrahlung des Herrn besteht Sonjujamukti das heißt wir erreichen tatsächlich die Stufe von reiner Bhakti reiner Hingungsvolle Dienst Doch solange man das Transentale Wissen des Ambanda nicht versteht werden die Anarthas und die Unwissenheit weiter bestehen und die Person wird sich weiter auf der Stufe von Anarthas bewegen und das ist diese Stufe von Nama Vasa Entsprechend dem wie die Person meditiert ist die Wirkung der Meditation beschränkt Wirkung des Heiligen Namens wird eingeschränkt sein ohne Samandajana Welche sind die Wirkungen des Singens des Heiligen Namens in Namabhasa auf dieser Stufe Durch die Meditation in Namabhasa werden alle sündvollen Auswirkungen zerstört und man kann Befreiung aus der materiellen Welt erlangen Unsere Karma wird aufgelöst oder vernichtet Alle Einflüsse des Kali-Yuga werden überwunden Indem man auf dieser Ebene meditiert werden alle Ängste verschwinden und man kann Frieden Das können wir alles ohne Guru erreichen mehr oder weniger einfach Kraft des Heiligen Namens Kraft von unserer Bemühung und einfach durch unsere eigene spirituelle Praxis auch wenn wir nicht das ganze Wissen haben von Bhaktis Shastra und keine Beziehung zum Guru haben wenn wir einfach ein Bhakta bleiben und das ist schon fantastisch und wunderbar und sogar es gibt Devotes die eingeweiht sind und die trotzdem nicht so studiert sind in den Schriften und eventuell auch nicht so richtig eine Beziehung zum Guru pflegen wo sie dann das richtige Wissen bekommen und und da sieht man trotzdem die wunderbare Wirkung von heiligen Namen auch die unheilvollen Einflüsse von Gespenstern Dunkelnmächten Kobolden geistern und ungünstigen Planeten werden aufgehoben wenn man Astrologie chart erstellen lässt dann aufsieht man ungünstige Planeten Konstellationen und dann fragt man Astrologen ja was kann ich machen und wo sollt das Puja und dieses jenes machen und Magdino Thakur sagt hier unmissverständlich nein Chante einfach Mach Sanana mit dem heiligen Namen alles wird gut sein sogar die Bewohner von höllischen Planeten können durch die Meditation in Namabasa Befreiung gelangen der Namabasa die Wirkungen aller bereits begangenen sündvollen Tätigkeiten zerstört unser Prarabda Karma unser mitgebrachtes Karma aus früheren Leben aus diesen Gründen ist Namabasa sogar noch gewaltiger als die Veden in alle heiligen Plätze Namabasa übertrifft all die materialistischen frommen Tätigkeiten des Karmakanda Teil der Veden wir müssen keine besonderen Yagyas machen und diese eben Karma Tätigkeiten Heilige Plätze besuchen und Busen machen und Fasten und so weiter aber jetzt kommt der wichtige Teil man kann Namabasa alles erhalten außer Krishna Prima und ich hoffe meine liebe Wut ist dass es eben das weswegen sind wir zu Krishna Bewusstsein gekommen oder weswegen sind wir immer noch im Krishna Bewusstsein weil wir nichts außer Krishna Prima erreichen wollen Schlussfolgerung ist ohne Sambandha Jnana vom Guru zu erhalten können wir kein Shuddha Nama Chanten wir können keinen reinen Namen Chanten deswegen kein Krishna Prima erreichen wir werden alles andere erreichen aber nicht Krishna Prima noch einmal zu diesen sieben Prima wissen die drei diese drei sind sehr wichtig wissen über Krishna Krishna Tattwa wissen über Krishnas Energien da gibt es seine innere vor allem Energie und dann gibt es äußere Energie und es gibt am Rande verlaufende Energie das heißt es gibt Svarupa Shakti die Energie die wird dann dreifach geteilt in Sandini Shakti Samvichak die Hladini Shakti die werden repräsentiert von Balaram Krishna Rada und dann gibt es die äußere Energie die Materie Energie und dann gibt es Jiva diese am Rande verlaufende Energie und dann brauchen auch Wissen über die Vielfalt spirituellen Erfahrungen deswegen sollten wir auch Rasa Shastra studieren neben allen anderen Shastras und die grundlegende Rasa Shastra ist Shreemad Bhagavatam vor allem 10. Kanto Shreemad Bhagavatam Bhakti Takura erklärt wer diese sieben Wissensgebiete im Einzelnen studiert wird seine Beziehung zu Krishna und Bandagyada verstehen aus dem und was sind jetzt die Pramere aus der vedischen Wissenschaft der Erkenntnistheorie dem Jaya Shastra Jaya Shastra befasst sie auch mit Logik mit Argumentation geht hervor dass das Wissen um ein Objekt Pramere von einem gültigen Erkenntnismittel Pramere abhängt Pramere ist schriftliche für uns in erster Linie schriftliche Beweise es gibt verschiedene Pramere verschiedene Beweise aber für Gode Weishnava sind diese schriftlichen Beweise sehr sehr wichtig und deswegen brauchen das Wissen was wir von Guru empfangen welches nicht verschieden ist vom schriftlichen Wissen wenn das ein echter authentischer Guru ist und dann dadurch wird unser Wissen über Pramere über Objekt welches wir erreichen wollen in diesem Fall ist das Shri Krishna wird erweitert wird gegeben und das ist grundsätzlich Samandajana und noch einmal ganz wichtige Schlussfolgerung der heilige Name gibt uns nicht Sambanda der heilige Name gibt uns alles aber nicht das spirituelle Wissen um Krishna Prima zu erreichen sonst würden wir alle Shuddha Namachand zweitens das Samandajana wird vom Guru gegeben ich glaube das wurde sehr klar dargestellt von Shri Bhakti und Takur es gibt andere Verse die ich zur Verfügung stellen kann die das unterstützen drittens durch Samandajana erreichen wir den reinen heiligen Namen erst dann wird uns Krishna unsere Svarupa und spirituelle Identität in Navadvip und Vraja geben ganz ganz eine wichtige Schlussfolgerung die wir verstehen sollen und die uns erklärt auch warum manche Devotees nach 30 40 Jahren sich immer noch nicht bewusst sind was ist meine wirkliche spirituelle Identität die sich mit dieser Identität auch nicht identifizieren können deswegen immer noch leiden unter bestimmten Anhaftungen und bestimmten Anarthas und die leiden unter verschiedenen Hindernissen und das ist sehr schade Vielen vielen Dank für das Zuschauen und wie sich das dann weiterentwickelt und was dieses spirituelle Wissen und Sanbanda Giana noch alles beinhaltet vor allem bezüglich Rasatatva das erfährt ihr in meinen nächsten Videos über Bhavas der Gode Vaishnavas Vielen Dank bis zum nächsten Mal Hare Krishna So